Wie ihr euren Bodybuilding Freunden mal erklären könnt, dass das Essen von rohen Eiern einfach keinen Sinn macht und was das mit dem Biotin zu tun hat, erfahrt ihr in diesem Video. Dafür schauen wir uns einmal die Eier an. In rohen Eiern steckt ein Stoff namens Avidin. Dieser sorgt dafür, dass unser Biotin unwirksam wird. Wenn wir jedoch die Eier kochen oder braten, wird der Stoff Avidin einmal zerstört. Dadurch wird unser Biotin wieder wirksam. So einfach könnt ihr ihm das erklären. Aber schauen wir einmal, was kann das Biotin überhaupt, wofür brauchen wir es. Es sorgt zum einen für Zellwachstum und Neubildung von Eiweißen. Auch hier ist es wieder wichtig für den Eiweißstoffwechsel, also in dem Fall auch für das Muskelwachstum. Da es auch ein B-Vitamin ist, sorgt es auch hier wieder für die Verstoffwechslung unserer Makronährstoffe. Dann sehen wir hier einmal die Symptome, die bei einem Mangel auftreten können. Da sorgt es einmal für vermehrten Haarverlust. Kann auch hier zu Depressionen führen. Zu Muskelschwäche heißt, dass wir weniger Kraft im Krafttraining haben und es kann für einen Hautausschlag sorgen. Dann sehen wir hier wieder sechs Lebensmittel, die das Ganze verhindern können. Da haben wir einmal die Speisekleie, Haferflocken, Sojabohnen, Erbsen, Eier und Erdnüsse. Und daneben sehen wir einmal, wie viel Vitamin B7 oder auch Biotin in diesen Lebensmitteln enthalten ist. Dann schauen wir uns natürlich auch mal an, wie viel braucht der Mensch am Tag an Biotin. Da seht ihr hier einmal eine Tabelle und da könnt ihr eure eigene Spalte einmal ablesen. Und rechts seht ihr dann nochmal die Obergrenze, die in den wenigsten Fällen erreicht wird. Und hier kann man nochmal schön sehen, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Es sei denn, die Frau ist das Kind am Stillen. Falls euch das Ganze interessiert, ihr mehr über die Mikronährstoffe erfahren wollt und was die euch überhaupt bringt, dann abonniert gerne den Kanal. Einfach gesund! Das Kind am Stillen. 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 Vielen Dank.